Musik Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinem Kanal. Heute spielen wir mit Peppa Woods und Bob der Baumeister. Es wird ein echter Abenteuer sein. Schau George, wir haben Sand. Lasst uns spielen. Hallo, was macht ihr da? Wir spielen in Sand. Es ist super lustig. Komm, spiel mit uns Zoe. Juppie 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 Komm, machen wir ein Sandburg. Eine sehr gute Idee, George. Oh, wir haben nicht genügend Sand dafür. Hm, ich habe eine Idee. Es gibt einen Platz, wo es immer sehr viel Sand gibt. Komm, ich zeige dir. George, du bleibst hier. Nein, ich will mitkommen. Bitte, bitte. Na gut, aber du sollst zuerst Mama fragen. Geh schnell. Armer George. Gehen wir schnell, sonst kommt George mit uns. Ich darf mitkommen. Peppa, wo seid ihr? Oh, Peppa. Pagi, du kannst kommen. Verstanden, Bob. Bub, jetzt bist du dran. Ja, ich komme. Heppo, wo bist du? Wir müssen losfahren. Ich bin da, Bob. Wir haben so viel zu tun. Ich weiß, Pagi. Ich weiß. Wie geht es, Jungs? Sehr gut, Bob. Dann macht immer so, Jungs. Bis später. Wow, Pudel. Ich habe sehr tief gegraben. Schau mal. Oh, Buggy. Das ist ein Sandgraben. Meinst du? Lasst uns eine Pause machen. Ich bin erschöpft. Ich bin aber hungrig. Ich auch. Da ist es ja. Schau, wie viel Sand es gibt. Wow. Ich kann kaum erwarten zu spielen. Yay, gehen wir. Jetzt können wir ein Sandburr machen. Fabelhaft. Yay. Machen wir noch eins. Was war denn das? Komm, Zoe. Lasst uns sehen. Oh, Schorsch. Du meine Güte. Bist du in Ordnung? Oh, armer Schorsch. Ich möchte raus. Mach dir keine Sorgen, Schorsch. Ich rufe um Hilfe. Puh, das Essen hat so gut geschmeckt. Nicht wahr? Hilfe, Hilfe. Mein Bruder ist in einem Sandgraben. Oh nein, das kann nicht wahr sein. Die große Gruppe ist da lang. Na los, gehen wir. Alles wird in Ordnung sein. Oh, du meine Güte. Ich versuche ihn rauszunehmen. Ach, ich erreiche ihn nicht. Ich muss schnell Heppo und Bob finden. Bob, ich brauche deine Hilfe. Jemand ist in die Grabe. Was für eine Grabe? Ich hoffe, niemand ist verletzt. Komm, gehen wir, Waggie. Mach dir keine Sorgen, Kleiner. Du bist gleich heraus. Oh, aber diese Gruppe ist tief. Komm, Heppo, du schaffst es. Schorsch, mein kleiner Bruder. Es war echt toll. Ich möchte ihn noch einmal. Ach, Schorsch. Komm her. Kinder, was ihr heute gemacht habt, war sehr gefährlich. Glücklicherweise seid ihr unverletzt. Ihr sollt niemals so etwas noch machen. Wir haben es verstanden. Jetzt bringe ich euch nach Hause. Komm. Vielen Dank für das Ansehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, vergiss nicht mir ein Daumen nach oben zu geben und sich an meinen Kanal zu abonnieren. Bis nächstes Mal. Tschüss.